Rot, Gelb und Brüttel. Du willst es endlich geben. Feuer frei mit Sackhoff und Freitag. Wir haben nämlich euch noch, die letzte Generation, allen Essen gewidmet. Das heißt, Gemüse an Einzelhandel. Margrit und Katja. Erstmal möchte ich sagen, wir freuen uns total hier zu sein. Wir freuen uns total, dass Ole diese Mention hier initiiert und über die Solidarität und gleichzeitig freuen wir uns tatsächlich nicht, dass es uns geben muss. Weil es macht tatsächlich überhaupt keinen Spaß. Also, man lernt unglaublich tolle Menschen kennen und verbindet sich ganz mit denen und mit den Zielen, tatsächlich unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Aber die Aktionen sind schon krass. Die kosten natürlich auch Geld, Repressionsgeld. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Es sind jetzt tatsächlich auch Menschen zu mehreren Monaten Haft verurteilt worden, die wir auch kennen und von denen wir wissen, das wird denen echt nicht leicht fallen. Es ist schon richtig hart, ein paar Tage im Knast zu sein, aber mehrere Monate ist richtig bitter. Und es werden teilweise unglaublich hohe Geldstrafen ausgesprochen zu verurteilt, hohen Geldstrafen. Und oft sind das ziemlich junge Menschen. Teilweise haben die sehr gute Ausbildung, hätten auch normalerweise wirklich die Möglichkeit, ihre Traumberufe nachzugehen, Familien zu gründen, den üblichen Weg zu gehen. Und deswegen verzichten sie auf das normale Leben und kleben sich auf Straßen. Wir sind geboren, um frei zu sein. Zwei von Millionen, wir sind nicht allein. Und wir werden das schaffen, wir werden das schaffen. und wir werden das schaffen. Das ist also eine große Strecke, der sich immer wieder zu erinnern. Ich bin in den Dank. In der Sendung. Ich bin nicht erst. Dann was mir in den Moment. Vielen Dank.